Musik Hey, wie schön, dass du hier bist. heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soulpower. Und hier heute geht es um das Thema Trauma. Was sind denn überhaupt die Anzeichen für ein Trauma? Denn das Wort Trauma kann oft sehr vage und unklar erscheinen. Und je mehr wir darüber lernen, was ein Trauma ist, wie sich eine traumatische Erfahrung bemerkbar macht, desto klarer können wir uns selbst fragen, hey, habe ich vielleicht ein Trauma erlebt und können uns dann auch spezifisch Hilfe suchen und auch uns selbst helfen. Ein Trauma können wir erstmal beschreiben als ein überwältigendes Ereignis, negatives Ereignis, das einen dauerhaften Einfluss auf unsere mentale und emotionale Stabilität hat. Also etwas, das vielleicht schon ganz lange her ist, was vor langer Zeit passiert ist, aber vielleicht auch gerade erst und was uns immer wieder erschüttert. Emotional und auch mental und auch körperlich. Ja, denn all das hat auch Auswirkungen auf unseren Körper. Und ja, natürlich ist häufig eine Ursache von Trauma eine Gewalterfahrung, ganz egal ob körperlich, emotional, häuslich oder ob es Mobbing ist, ob es eine schwere Krankheit, ein Verlust, eine Verletzung ist, der Tod eines geliebten Menschens oder auch, dass man etwas beobachtet hat, was eben einen erschüttert hat. Aber ein Trauma kann auch viel subtiler sein. Denk gerne mal an so subtile Dinge, die dir vielleicht früher gesagt wurden oder wie mit dir umgegangen wurde. Und diese Worte oder dieser Umgang mit dir, vielleicht auch schon als Kind, der wirkt heute noch nach. Der bringt dich vielleicht dazu, immer wieder an dir selbst zu zweifeln oder zu denken, oh, gleich kann ein schlimmes Ereignis um die Ecke kommen oder dich übermäßig zu entschuldigen. Ja, Kinder zum Beispiel, die mit Angst erzogen wurden, eine angstbasierte Erziehung, beobachten als Erwachsene oft, dass sie sich immer wieder entschuldigen für alles Mögliche, für das sie sich überhaupt nicht entschuldigen müssten, weil sie eben meinen, sie bekommen gleich Ärger. Und dieses eben Ärger bekommen, was wir früher vielleicht erfahren haben, kann auch eine traumatische Erfahrung sein. Das heißt, Trauma ist schon ein sehr weit greifender Begriff oder sagen wir mal so, eine traumatische Erfahrung kann sich in allen Facetten und Fratzen zeigen. Woran du es eben erkennst, ist zuallererst einmal, dass diese Erfahrung, die du gemacht hast, immer wieder Einfluss, also dauerhaften Einfluss auf deine mentale und emotionale Stabilität hat und du das auch körperlich merkst. Zum Beispiel Angst spüren wir körperlich. Und der Grund dafür, dass wir eben diese Auswirkungen des Traumas immer wieder spüren, ist der, dass wenn wir etwas Traumatisches erlebt haben, unser Gehirn sich neu verdrahtet, um eben anders auf den Stress zu reagieren. Und ich habe dir jetzt mal sieben Reaktionen mitgebracht, an denen du ganz klar erkennen kannst, hey, da könnte ein Trauma, eine traumatische Erfahrung und die Reaktion eben auf ein Trauma vorliegen. Nummer eins ist, übermäßig ängstlich und besorgt zu sein. Das ist eine der häufigsten emotionalen Reaktionen auf ein Traumata. Das gibt auch total Sinn, denn natürlich fürchten wir uns vor etwas Schlimmen, wenn uns schon mal etwas Schlimmes passiert ist. Und wenn wir uns ängstlich oder besorgt fühlen, nachdem wir einem Auslöser ausgesetzt waren oder uns daran erinnern, hey, da ist mir damals was Schlimmes passiert, ob nun bewusst oder unbewusst, dann arbeitet unser Nervensystem nämlich genauso, wie es sollte. Um uns zu schützen und diese Gefahr eben nicht noch mal zu erleben in der Zukunft, machen wir uns ganz viele Sorgen und sind ganz viel ängstlich und machen wir uns eben übermäßig Sorgen, um bloß nicht mehr in so eine Situation zu kommen. Das heißt, Beispiel, dass wir vielleicht viel häufiger als üblich in den Rückspiegel schauen, wenn man nach einem Autounfall wieder Auto fährt. Und das könnte bedeuten, dass man auch immer wieder über die Schulter schaut oder die Umgebung scannt, nachdem man allein in einer bedrohlichen Situation war. Das Gehirn macht die Arbeit, die es machen sollte, nämlich dich zu schützen, zu schauen, dass du alles im Blick hast, dass du sicher bist. Aber sowas ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, kostet wahnsinnig viel Energie. Und wenn du merkst, ey, ich bin ständig auf der Hut, ständig auf der Hut, bist, dann kann das eben ein Anzeichen für eine traumatische Erfahrung sein. Wenn du ständig auf der Hut bist, wenn du übermäßig ängstlich bist, erschrocken vor bestimmten Situationen, Personen oder vor Erfahrungen, die du gemacht hast. Und da kann es eben helfen, die Ursache dieser Gefühle zu finden, die Ursache dafür, dass du so erschrocken bist, dass du ängstlich bist, um sie dann zu überwinden, um auch diese Gefühle abzulegen. Denn wie gesagt, dein Gehirn macht seinen Job, macht alles genau richtig, so wie es soll. Es ist nur eine ganz andere Situation. Du bist nicht mehr in dieser traumatischen Situation. Und da gilt es eben ganz genau hinzuschauen, was ist mir denn da passiert? Und dieses Erlebnis zu überwinden, das hört sich jetzt so einfach an. Ich meine mit überwinden, uns klarzumachen, das ist nicht das Jetzt. Ich bin jetzt in Sicherheit. Die zweite häufige Reaktion auf ein Traumata ist Wut. Wut auf die Personen oder die Situation, die verantwortlich sind für das Trauma oder eben Wut auf uns selbst, weil wir zugelassen haben, dass uns das Trauma passiert. Achtung, natürlich ist das nicht unsere Schuld. Wir suchen aber dann eine Möglichkeit, wir suchen einen Blitzableiter und ganz oft sind die Leute, die uns das angetan haben, nicht mehr da oder nicht in unserem Leben. und dann dreht sich die Wut oft gegen uns selbst und das ist natürlich ganz perfide, denn wir machen uns gleichzeitig zu Opfer und Täter. Eine dritte häufige Reaktion auf ein Trauma ist eine übermäßige Emotionalität und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Fan von Emotionen, aber in dem Fall meine ich eine übermäßige, unkontrollierte Emotionalität. Weinen zum Beispiel ist oft mit dem parasympathischen Nervensystem verbunden und ist eine Art, wie dein Körper runterkommt von Stress, also runterkommt von diesem Fight-or-Flight-Modus, ja, denn wenn wir eben ein Trauma erlebt haben, auch wenn es schon länger zurückliegt, dann sind wir in diesem ständigen Wachsamsein, auf der Hut zu sein und das ist wahnsinnig anstrengend und Weinen ist eben die Funktion des Körpers, davon runterzukommen und traumatischer Stress neigt eben dazu, zwei emotionale Extreme hervorzurufen, nämlich zu viel oder zu wenig, also entweder ein ganz unkontrolliertes Weinen und ja, quasi überrollt zu werden von den eigenen Emotionen oder überhaupt nicht zu weinen und überhaupt nichts zu fühlen, also sich völlig leer und taub zu fühlen. Eine vierte häufige Reaktion auf ein Trauma ist, das Gefühl oder das Weltbild zu haben, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist, dass es ganz gefährlich ist, um mit diesem Gefühl durch die Welt zu gehen. Wenn ein Trauma nicht bewältigt wird, dann können wir nämlich Muster entwickeln, bei denen wir die Gefahr in der Welt und der Situation, in denen wir uns befinden, völlig überschätzen. Das ist auch wieder total verständlich, denn diese traumatische Erfahrung hat unsere Perspektive verändert, nämlich dahingehend, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist, denn uns ist ja auch etwas Schlechtes und Böses passiert. Das wiederum macht unser Leben aber sehr, sehr schwer, weil wir dann wieder in diesem ständigen Auf-der-Hut-Sein-Modus sind, das für unser Nervensystem ganz, ganz anstrengend ist, wir dann wieder in eine übermäßige Emotionalität oder Angst oder Sorge verfallen oder total starr und taug werden, weil wir sagen, okay, das ist mir alles zu viel, ich spalte mich komplett ab und ja, alles davon von der Perspektive, hey, die Welt ist ein gefährlicher Ort, tut uns eben nicht gut. Wenn wir aber uns erlauben, wieder mehr vom Leben zu erfahren und das Gute auch sehen, ja, das Gute in unserem Leben, davon müssen wir aber wieder rausgehen, um das Gute auch zu sehen oder Interaktionen zwischenmenschlicher haben, dann werden wir wieder ausgeglichen, naja, dann kann sich die Waage wieder einpendeln, ja, dann ist da nicht nur das schwere Gewicht in der Waagschale der traumatischen Erfahrung, also dem Schlimmen, was uns passiert ist, sondern da ist dann auch ganz viel anderes in der Waagschale, was gut gegangen ist, was gut geht, was leicht ist, wo wir Hilfe bekommen. Deswegen ist es eben so wichtig, wieder uns zu erlauben, Erfahrungen zu machen, damit wir uns in der Mitte einpendeln können, ja, und erkennen, die Welt kann gefährlich sein, aber sie kann eben auch sicher sein und wenn sie gefährlich ist, kann ich auch Sorge tragen, um mich in Sicherheit zu bringen. Kleine Schritte sind da das Wichtigste, ja, man kann nicht von uns erwarten, einfach direkt wieder in die Welt zu ziehen, mit wehenden Fahnen, aber kleine Schritte, neue Erfahrungen machen, auch je auf das Trauma gesehen, ja, also wenn du zwischenmenschlich negative Erfahrungen gemacht hast, traumatische, dann, ja, den Zugang wieder zu Menschen zu suchen, denen du vertraust, wenn du einen Unfall hattest, ja, dich langsam wieder und selbst wenn du nicht selber fährst, ins Auto bei jemandem anderen zu setzen, dem du vertraust und wenn es nicht gleich auf der Autobahn ist, sondern eine kleine Strecke einfach nur, die Straße auf der du wohnst, ja, entlangfahren, einfach, ja, positive, sichere Erfahrungen wieder zu machen. Nummer fünf als häufige Reaktion auf ein Traumata ist Schuld. Schuld sitzt so, so tief und es ist normal, dass wir uns schuldig fühlen nach einer schrecklichen Situation, auch wenn wir es gar nicht müssten, es gibt ja auch Survivors gilt, also die Schuld der Überlebenden, ja, warum ist jetzt jemand anderem was passiert, selbst wenn wir überhaupt nicht partizipiert haben an der traumatischen Erfahrung oder an dem Erlebnis, Entschuldigung, wenn wir zum Beispiel einen Menschen durch eine Krankheit verloren haben, dann passiert das ganz oft, dass Menschen denken, okay, aber warum darf ich denn jetzt hier gesund und glücklich weiterleben oder ja, Gedanken wie, hey, wenn ich nur ein paar Minuten länger zu Hause geblieben wäre, dann weiß ich nicht, wäre der Herd nicht explodiert oder wäre ich jetzt genau in der Stunde nicht draußen geblieben, sondern wäre nach Hause gekommen, dann hätte ich mitbekommen, als meine Mutter die Treppe runtergefallen ist oder warum war ich nicht vorsichtiger, ich hätte einfach zu Hause bleiben sollen, ich hätte das kommen sehen müssen, das sind so ganz normale Gedanken, die wir da haben und da ist ganz ganz wichtig uns klar zu machen, wir haben keine Kontrolle über das Leben, wir können das Leben nicht kontrollieren, das Leben ist eine Abfolge von unvorhersehbaren Ereignissen immer und immer und immer und immer wieder, wir haben keine Kontrolle darüber und deswegen auch keine Schuld. Traumareaktion Nummer sechs ist eine Schreckhaftigkeit, also wenn du sagst, ich erschrecke mich immer so leicht, ich bin sehr, sehr schreckhaft, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem auf Hochtouren läuft, aber zu hoch, also dass die Nerven schon blank liegen und in so ganz, ganz hoher Frequenz schwingen und ja, dass dann eine zuknallende Tür, eine laute Stimme, plötzliche unerwartete Geräusche oder Bewegungen dich ja, erschrecken und zwar immer und immer wieder und das bringt uns schon zur siebten häufigen Traumareaktion und das ist die Schlaflosigkeit, denn wenn du schläfst, befindest du dich in einem sehr verletzlichen Zustand, dein Gehirn ist aber noch aufgrund der Traumareaktion in absoluter Alarmbereitschaft und will deinem Körper nicht erlauben, sich jetzt auszuruhen und einzuschlafen, ja, dein Gehirn schreit die ganze Zeit, ey, wach bleiben, Gefahr und sendet Stresshormone durch deinen Körper und das ist also kein Wunder, dass wir dann nicht schlafen können und und da bringt es auch nichts, sich dann, weiß ich nicht, übermäßig Alkohol zu trinken oder zu irgendwelchen anderen Mittelchen zu greifen, um zu schlafen, denn damit betäuben wir nur das Symptom, aber nicht die Ursache. Aber natürlich braucht unser Körper und auch unser Geist diese Ruhezeit, wenn wir lange nicht schlafen, dann merken wir das an unserem körperlichen und geistigen Zustand und was dann passiert ist, dass auch alle die Reaktionen, die ich eben genannt habe, natürlich sich noch mehr ausbreiten können, denn wenn ich eh schon in einem unausgeruhten mentalen und körperlichen Zustand bin, dann werde ich jeden Tag dünnhäutiger, keine Frage und wenn du jetzt sagst, oh, da habe ich mich wieder erkannt bei einer dieser Reaktionen oder bei mehreren und auch das Gefühl hast, ja, das kann mit etwas in meinem Leben, mit einem Erlebnis zu tun haben, ganz egal, ob das schon länger zurück liegt oder ganz frisch ist und auch ganz egal, ob das eine sehr einschneidende Erfahrung war oder eben eine subtilere, wichtig ist eben nur, ja, dass sie immer wieder deine emotionale und mentale Stabilität beeinflusst, wenn du sagst, ja, und eine oder mehrere dieser sieben Reaktionen, die merke ich bei mir selber auch und drehe mich da so ein bisschen im Kreis, dann Glückwunsch, dass du so ehrlich zu dir bist. Also wenn du dich nicht wieder erkennst, natürlich auch Glückwunsch, dass du diese Erfahrung nicht gemacht hast und auch diese Reaktion bei dir selbst nicht kennst, aber solltest du für dich nach dieser Folge erkannt haben, oh, ja, okay, da wird mir jetzt was klar, Glückwunsch für deinen Mut oder zu deinem Mut und jetzt kannst du dich auf den Weg machen, aus diesem Kreislauf, aus diesem reaktiven Kreislauf auszusteigen und dem nicht mehr ausgeliefert zu sein und es gibt Hilfe, die man sich holen kann, es gibt Hilfe, die man sich selbst leisten kann, es gibt Hoffnung, es liegt nicht an dir, du bist dem nicht einfach ausgeliefert diesen Reaktionen, also es liegt nicht an dir im Sinne von du musst sich dem nicht ergeben, sondern du kannst daraus, das sind einfach nur Symptome und du kannst mit der Ursache arbeiten und die Verletzungen, also in dem Fall die traumatische Erfahrung der Vergangenheit, muss nicht zu weiteren Verhärtungen deines Lebens führen, das finde ich immer einen schönen Satz, die Verletzungen der Vergangenheit müssen zu keinen weiteren Verhärtungen unseres Lebens führen und diese Reaktionen sind ja weitere Verhärtungen unseres Lebens und wir dürfen uns davon freimachen und wir können uns Hilfe dafür holen, wir können uns auch selbst helfen und es gibt Hoffnung, ganz viel Hoffnung, denn das bist nicht du, du bist nicht, was dir passiert ist und dein Leben ist auch nicht, was dir passiert ist und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar, eine Bewertung hinterlässt für diesen Podcast und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Ciao. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 〜 bis zum nächsten Mal. – Boa Marx Räke. – – – ralー –